Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Valiant Hearts. Es hat länger gedauert, weil ich irgendwie keine Zeit gefunden habe, was zu machen hier in diesem Spiel. Wir wollen auf jeden Fall jetzt hier weitermachen. Er sagt hier uns, dass da hinten irgendwie ein Notfall ist. Okay, da wollen wir mal direkt gucken. Erst mal schauen wir hier noch mal rein. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst gerne auch ein Däumchen nach oben da, wäre sehr, sehr schön. So, und Vakua ist, äh, oder der Miningkrieg. Ich weiß gar nicht, worum es sich hierbei handelt. Kenn ich echt nicht. Und, ähm, ja. Ja, ihr dürft gerne, ne, da anhalten und euch das angucken. So, den Hund, wie steuere ich den noch mal? Ah, ja, genau. Okay, okay. Guter Burschi. Wir gehen also hier weiter und schauen mal. Aha. Gehen wir mal da rein. Haben wir hier irgendwas, Kumpels? Hier ist nix zum Buddeln. Hier kann ich nirgends graben, ne? Ich will nämlich alle, äh, Teile mitnehmen, die es hier zu finden gibt. Und vielleicht, ja, finden wir hier den einen oder anderen. So. Da hinten ist der SOS. Okay. Der Notruf. Ich drücke hier nebenbei. Ja, ja, okay. Ja, na gut. Oh, und da buddelt sich gleich darunter. Hier. Ja, okay. Ich hab verstanden. Okay. Gehen wir hier rein? So, Achtung. Oh. Okay, da darf ich dich. Ähm, ja. Gut, gut. So. Die haben Probleme. Zieh ihn raus. Super. So, ich hab ihn rausgezogen. Kann ich jetzt. Gut. Ich denke mal, der ist jetzt da gerettet, ne? Wir machen den Weg hier frei. Wir haben natürlich unsere Schwester nicht da. Oh, oh. Gut. Können wir dich sonst noch hier weiter rausholen? Nee, da kann ich nix machen. Okay, wir gucken mal direkt weiter. Ich hätte oben vielleicht noch was graben können. Also, ich hab keine Ahnung. Ja. Hm. Okay. Also, du kannst hier sicherlich durch. Hier liegt sonst nichts. Bist hier noch nichts gefunden. Komisch. Okay. Der sagt, ich brauch hier irgendwas zum Springen. Mhm. Okay, die haben da alle Probleme. Wo, 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 wo. Kannst du mir das holen? So, wir haben jetzt hier Dynamit. Warte mal gucken. Was ist denn, wenn ich einfach da... Hm. Nö. Okay. Einfach weiter geguckt. Wir haben hier nämlich noch einen Durchschlupf für dich. Okay, gib mir das mal. So, du gehst jetzt mal da durch. Aha. Wo kommst du jetzt raus? Und? Undi. Jetzt ist er weg. Jetzt hab ich ein Problem. Okay, da ist Feuer. Pass mal auf. Wir machen das so. Okay, gut. Ähm. Und? Wo bist du? Schade. Ich weiß nicht, wo mein Hund ist. Vermutlich irgendwo schon da oben. Irgendwo hier drin, vermutlich. Der hier ist gestorben, weil er rübergegangen ist. Da war eine Mine. Ach, du Scheiße. Okay, mein kleiner Hund. Ja, SOS. Was mache ich denn? Also hier ist definitiv... Ähm. Wenn ich hier... Nee, da kann ich nicht graben. Kann ich hier durch nochmal? Wo? Aha. Okay, schau mal an. Was denn? Aha. Also ich sehe da irgendwas. Ist die Frage. Kann ich jetzt die Dings da reinwerfen? Nee. Das Dynamit kann ich... Hier vielleicht so reinwerfen. Mal gucken. Oh. Absicht? Ja, der Hebel. Gut, das wollte unser Hundimundi machen. Aber ich sehe... Da ja noch die Möglichkeit, das Ding reinzuwerfen. Und dann das schnell rumzudrehen. Wir müssen jetzt wieder reinschicken. Warte mal. Okay, dann muss ich Miss Goethe hier wieder... Ist wieder da hin? Hm. Miss Goethe. Nein, der ist ja natürlich nicht. So, mal geguckt, was dann passiert. Da oben war tatsächlich nichts. Ach doch, guck an. Irgendwas habe ich schon übersehen. Mhm. So, mitgenommen. Okay. Super. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das haben wir. Sehr, sehr schön. Sonst irgendwas. Wir nehmen mal hier ein bisschen Dynamit mit. So. Ist er hier draußen? Und ich habe doch da was gesehen. Was ist das? Das, was ich erst übersehen hatte. Sehr schön. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier wieder reinzugehen. Uns hier diesen... Ja, Zünder zu holen. Mitgenommen. Sprengstoff brauchen wir nicht. Zünder mitgenommen. Schnell weitergelaufen. Wir schaffen das hier alles. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? So. Ja, du kommst mit. Das hast du immer drauf. Das macht immer alles automatisch. Sehr, sehr schön. Hier durch. Ja, ja. Ist überhaupt nicht gut. So. Und drücken wir mal direkt, ne? Blum. Da ist er befreit. Sehr schön. Guter Hund. Und kriegst du irgendwas? Da ist SOS. Sehr schön. Da ist nichts. Und hier rufen sie jetzt noch Hilfe. Schnell rein. Okay, wir haben hier eine Kerze. Da kommen wir nicht hin. Wir müssen hier uns nach unten buddeln. Okay. Stimmt, ist hier irgendwo wieder Zeug, was explodieren kann. Wow. Dose Thunfisch. Und es explodiert hier nix. Was ist hier los? Okay. Keine Luft mehr. Ähm. Ich hab irgendwas übersprungen, vermutlich. Ich will eigentlich den, den Vogel mitnehmen. Kann ich das nicht? Hm. Okay. Oh, shit. Okay. Passt du unten auf. Den lassen wir runter. Okay, kriegen wir den jetzt runtergeschnippelt? Ach. Das Ding geht wieder langsam hoch. Okay, was machen wir denn da? Haben wir die Möglichkeit, dem Hund zu sagen, dass er dich festhalten soll? Gut gemacht. Sehr, sehr gut. Danke. Super, jetzt kommen wir da nicht durch. Das heißt, wir müssen hier irgendwo entlang. Okay. Warte mal. Kurz noch geschaut. Hier ist nichts. Da oben lag, soweit ich es sehen kann, auch nix. Aber dann, hau mal rein. Boom. Das kann ich wieder buddeln. Yay. So eine Sache bin ich wie es ist. Alles mitgenommen. So. Okay. Bin drauf. Vielen Dank. So, dann freut er sich natürlich, dass wir ihn wieder mitnehmen. Springe herauf. Wunderbar. Sehr schön. Ah ja, okay. Schieben wir gemeinsam. Und jetzt? Jetzt da runter. Mhm. Okay. Da oben sind die Franzosen, ja. Oh nein, jetzt wird er noch gefangen genommen. Oder nicht? Okay. Gut, vielen Dank. Super. Da sind wir freigekommen. Okay. Jetzt sollen wir den nächsten Auftrag erfüllen. Den nächsten Auftrag, denke ich mal, werde ich in der nächsten Folge machen. Wird also erstmal hier einen kleinen Cut machen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss erstmal wieder in das Spiel hineinkommen. Und ja, wir sehen uns dann ganz bestimmt in der nächsten Folge wieder. Wird ganz, ganz spannend auch noch bleiben. Macht's also gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüüü!